So, jetzt sind wir bei Interstuhl. Ihr wisst, dass Interstuhl einer unserer Partner ist und neben mir steht Patrick Löchler und wir wollen heute mal über Interstuhl reden. Patrick, gibst du was Neues hier am Stand bei euch? Auf jeden Fall. Wir haben hier eine Weltneuerheit, den Pure. Pure ist 3 mit einer revolutionären Smart-Spring-Technologie, die komplett das System von Mechaniken ersetzt. Das heißt, wir gehen rein über Materialeffizienz und Materialelastizität und schaffen so einen sehr, sehr schönen Bewegungsablauf, kombinieren die Vorteile von der klassischen Synchronmechanik mit den Vorteilen von einem Automat. Jetzt sind wir beide ja ein bisschen von der schweren Kategorie, wenn ich uns so angucke. Ist der Stuhl denn auch was für uns? Absolut. Ich sitze ja schon eine ganze Weile drauf und teste ihn auch entsprechend ausgiebig und es macht wirklich Spaß. Jetzt war ich ein bisschen überrascht, als ich eurem Stand genährt habe. Ich habe gesehen, eurem Stand ist in zwei Teile geteilt. Was hat es denn damit auf sich? Absolut. Das eine ist, das klassische Sitzen zu perfektionieren und auch noch mal dynamischer zu machen. Und auf der anderen Seite schauen wir das ganze Produktportfolio letztendlich jetzt aus dem Raum heraus an. Und das ist letztendlich eine ganz schöne Sache, wo wir verschiedene neue Leitprodukte auch in diesem neuen Feld Splaces jetzt entsprechend einführen. Aber es bleibt bei Seating in erster Linie? Es bleibt beim Sitzen. Wir sind Sitzspezialist und das wollen wir weiter forcieren. Patrick, ich würde es mir gerne angucken. Gehen wir einfach mal rüber. So, jetzt sind wir angekommen hier bei Interstuhl im zweiten Bereich des Messestandes. Auf dem Weg hierher habe ich nur ein Wort gehört. Weltneuheit, Weltneuheit, Weltneuheit. Und Patrick, was ist jetzt los hier? Ja, Weltneuheit für uns. Wir kommen vom Stuhl, gehen jetzt das Diversifizieren, das Sitzen in neue Bereiche rein. Die Bürowelt verändert sich entsprechend. Wir sitzen tiefer, wir wollen uns entspannen, wir brauchen Rückzug, wir wollen uns konzentrieren. Und das ist das ganze Thema, was wir hier ganz neu haben. Das eine ist, dass wir als Firma nicht nur in unserem Bürostuhl denken, sondern einfach in einem breiteren Feld. Dazu gehören Sofa-Landschaften, Trennungs-, Partitionswände, etc. Das heißt, diese Wände, die ich hier sehe, die sind auch von euch? Das ist ja wirklich neu, das kenne ich gar nicht. Das ist tatsächlich alles von uns. Das ist wahrscheinlich das vielfältigste System, das es gibt auf dem Markt, behaupte ich, weil es ein extrem modulares System ist, das wahnsinnig viel Flexibilität für Planer und Architekten auch vor allem bietet, mit einzelnen Schalen, die wir aneinander adaptieren können, also Lego-Baukasten-Prinzip letztendlich. Und ich glaube, ein Riesen-Highlight, was wir hier haben, was wir eben auch im Volumensegment entsprechend anbieten wollen. Beim Blick hier über den Stand sehe ich schon noch ganz viele andere Elemente. Ich glaube, ich gucke mir das noch ein bisschen in Ruhe an. Vielen Dank bis hierhin und viel Erfolg auf der Messe. Dankeschön. Super. Dankeschön.